Herzlich Willkommen zu Charts & Co. der Finanzmarktanalyse bei Börse Stuttgart TV. Manchmal ist es komisch und hin und wieder ganz besonders an den Finanzmärkten. Zuletzt wurde bereits der Abgesang auf Chinas Aktienmärkte eingeleitet, angesichts der jüngst veröffentlichten Konjunkturdaten vielleicht nicht ganz zu Unrecht. Doch zu Wochenbeginn geht es an den chinesischen Leitbörsen wieder deutlich nach oben. Woher kommt eigentlich dieser aktuelle Aufschwung? Genau darüber wollen wir jetzt sprechen mit Jochen Stanzel, Finanzmarktanalyst bei GodmodeTrader. Herr Stanzel, was sind denn aus Ihrer Sicht die Ursachen für den jüngsten Kursanstieg an Chinas Leitbörsen? Also es gibt eine ganz nüchterne charttechnische Sicht da drauf. Wenn man sich den Shanghai Composite anschaut, dann kann man sich ja die einzelnen Handelstage als Kerzen anzeigen lassen. Und da sieht man, dass der in den vergangenen neun Tagen kleine Kerzenkörper auf der Höhe der 200-Tage-Linie ausgebildet hat. Und heute steigt der Index um fast 5%. Das bedeutet, diese neun kleinen Kerzen, die vor dem heutigen Anstiegstag da waren, bedeuten, dass der Verkaufsdruck raus aus dem Markt ist. Jetzt muss man sich im Falle Chinas natürlich aber der Frage hier auf den Grund gehen, warum der Verkaufsdruck aus dem Markt ist. Ist das freiwillig passiert? Nein. Das liegt schlichtweg daran, dass die großen Adressen nicht mehr verkaufen dürfen. Das hat ja Peking quasi durchgesetzt. Auch das Leerverkaufen ist seit Anfang vergangener Woche nicht mehr in China möglich. Wer hier also an der Börse investieren möchte, wo man nur noch kaufen kann, der sollte sich hier China anschauen. Und für mich ist das nichts. Einen Kursrutsch hatten zuletzt nicht nur Chinas Aktienmärkte zu verzeichnen. Bei vielen Rohstoffen zeigte zuletzt der Trend ebenfalls nach unten. Wie würden Sie diesen jüngsten Preisrutsch auf der Rohstoffseite bewerten? Spielt am Ende auch hier vielleicht China eine Rolle? Ja, definitiv. Also spielt sicherlich China eine Rolle. Die haben ja einen Anteil von zwei Dritteln bei manchen Rohstoffen, was die Weltnachfrage angeht. Das geht alles dorthin. Wenn Sie das abschwächt, dann ist das natürlich ein Grund, warum die Rohstoffe fallen. In der Vergangenheit, es ist aber nicht nur das. Wir sehen, in der Vergangenheit hatten wir ja immer einzelne Regionen oder Länder der Erde, die sich abgeschwächt haben. Dann konnte eine andere Region das ausgleichen, was die eine Region nicht mehr lieferte. Die heutige Situation unterscheidet sich dahingehend von der Vergangenheit, als dass wir heute eine homogene Eintrübung des Welthandels sehen. Also in allen Regionen der Welt, sowohl in den Schwellenländern als auch in den Industrieländern, schwächt sich das ab. Ich glaube, dass viele Zentralbanken und Regierungen diese Entwicklungen, die wir jetzt seit den letzten Tagen und Wochen gesehen haben, und auch zum Beispiel den Rückgang des Ölpreises auf Wochenfrist, letzte Woche minus 7 Prozent, in den letzten sechs Wochen minus 25 Prozent im Ölpreis, die dürften das alles mit Sorge betrachten. Jeder schaut, wo ist jetzt wirklich die Ursache, wie geht das weiter, hält das an. Ich kann mir nicht vorstellen, dass hier irgendeine Zentralbank ernsthaft über eine deutliche Drosselung ihrer Geldpolitik nachdenkt, weil sie das Wachstum lähmen würde. Die japanische, chinesische, europäische und US-amerikanische Zentralbanken, also alle westlichen Zentralbanken, würde ich mal sagen, wollen ja eine steigende Inflation und nicht eine sinkende. Das, was da passiert, drückt sehr stark auf die Inflationserwartungen. Findliche Kursverluste hatte zuletzt auch der Goldpreis zu verzeichnen. Mittlerweile scheint das jedoch, als sei ein Boden gefunden. Wie sehen Sie das? Also es deutet immer mehr darauf hin, dass das billige Geld der Zentralbanken hier auf absehbare Zeit weiter fließen wird. Es ist sogar gut möglich, dass wir ein weiteres QE-Programm der EZB sehen oder in Japan. Das ist auch ein Rat in der Internationalen Erwährungsform, die beiden Zentralbanken gerichtet hat, vielleicht bleibt es auch in den USA bei einem einzigen Zinsschritt jetzt im September und dann kommt dann erstmal nichts mehr. Und der Goldpreis, der könnte beginnen, das irgendwo zu antizipieren und vorwegzunehmen. Das Negativ für das Gold war ja, und deswegen ist das Gold auch primär so eingebrochen, negativ war, dass die Realzinsen in den USA zu steigen begannen. Jetzt ist aber in dem Umfeld, das wir jetzt haben, der Dollar so attraktiv, dass die Nachfrage nach US-Staatsanleihen steigt. Das führt dazu, dass sich die Terminstrukturkurve abflacht. Das heißt, das kurze Ende, das steigt ja derzeit schnell, die Renditen. Das lange Ende, da sinken die Renditen. Und das bedeutet wiederum, dass die Realzinsen in diesem Umfeld, in dem wir jetzt derzeit sind, eben nicht weiter steigen dürften. Eher dürfen sie tendieren, dazu zu fallen. Und das wäre etwas sehr Positives für den Goldpreis. Jochen Stanzel, Finanzmarktanalyst bei Gotmo Trader. Vielen Dank, nach München. Gerne. Sie, liebe Zuschauer, schauen Sie auch das nächste Mal wieder rein, wenn es heißt, Charts & Co., die Finanzmarktanalyse bei Börse Stuttgart TV.